Hallöchen und Willkommen oder Willkommen zurück hier auf meinem kleinen Kanal und wir schauen uns heute Literal Dumpest Fires, Fails of the Week von der Fail Army an und ich sehe schon sehr viel Fire auf dem Bild. Let's go! Au. Das sehr, sehr künstlerisch aus. Schade ist, dass keine Piranhas waren. Wäre lustiger gewesen. Ui. Planschen macht Spaß. Ich glaube, es war ein bisschen warm. Auch so ein Sport, den ich nicht betreiben möchte. Au. Das gibt mega. Das sind die richtigen Freunde, die dich auslachen. Du könntest dir das Gesicht brechen. Erstmal lachen. Tschüss. Oh. Er ist mal baden gegangen, ist doch normal. Man könnte es auch löschen. Ja, halt mal lieber fest. Oh. Oh, oh. Das macht er selber sauber. Oh. 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 Ist glaube ich was kaputt gegangen. Aber er fährt noch. Ist auch gut. Oh. 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 da hat wohl noch eine zigarette gebrannt oder so einfach das ding stehen lassen ich mach feierabend ich erkenne das problem nicht sind sie leuter im Blink Ich habe das schon gemacht. Das ist doch nicht cool. Das ist lustig. Wir sollten das alles rausnehmen. Das ist ein kleiner Föller. Er hat gesagt, ich habe das schon gemacht. Die Touristen sind Rookies. Das ist ein kleiner Föller. Er hat gesagt, ich habe das schon gemacht. Wow. Immer erst gucken. Autsch. Hat jetzt glaube ich ein bisschen Kopfschmerzen. Naja. Aspirin. Es ist auch nicht gerade bestes Wetter dort. Oh. Schade. Wäre fast cool gewesen. Schade. Wäre fast cool gewesen. You're right. Here we go. Here we go. Wow! There we go! Oh! Wow! What the hell! Das ist doch gut, das kann man ja essen. Das ist doch gut, das ist doch gut. ist wohl ein bisschen schwer ist glaube ich nichts zerbrechliches drin ich glaube ist ein couch oder so oder ein sessel keine ahnung okay da eine gestanden hätte Kein Essen im Auto? Das wird doch nichts. Das ist eine ganz dumme Idee. Oh nein. Gut. Schön die Paletten genutzt. Aber halten da nie so viel aus. Das ist, das ist das, das ist das ich nicht mehr kuckue. Das ist das, warum ich nicht mehr kuckue. Das ist das, warum ich aus der Ketchup. Hast du das gesehen? Es ist so, Karina, das Reis in die kreisende Wasser. Und sie legt es in meine Beine. Nein! Ja, wenn die Katze einmal was gefunden hat, was sie haben will. Oh! Sie hatte auch schon ein bisschen was getrunken vorher, oder? Nein! Mein Wartvertrag? Nein! Eindeutig nicht! Oh! Die Straße musste mal gereinigt werden. Wer will einen Double Whopper? Oh mein Gott, er fiel auf dem Bett! Oh mein Gott, er fiel wieder! Stopp den Hund zu ärgern! Oh mein Gott! F*** my life! Ich sage nichts. Oh jejeje! Gleich nochmal! Hm! Ich kann das nicht machen! Ich werde dir schreit. Ich werde dir schreit. Schau, er ist schreit. Er ist schreit! Ich werde dir schreit. Ich werde dir schreit. Ich werde dir schreit. Auf dem Stadion. Ich werde dir schreit. Ich werde dir schreit. Oh mein Gott! Er ist schreit. Ma chronisch. Er ist schreit. Was das wundere? Was das wundere? Der eigentliche? Ich bin ein Mann. Jesus Christus! Gemein. Das ist doch eine Absicht. Wow, Mama, wie ist das denn da? Ich bin ein Mann. 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 Die Möbel waren halt einfach hässlich. Da muss eine neue her. Was war das denn? Oh. Oh. Na klar. Na klar. Komm her. Oh, er wisst, dass er das gelernt hat. Ja, das war du, der ist. Ähm, dass jetzt eine gute Idee ist. Stabil, ne? Gut. Das rauskommen war nicht so stabil. Gut. Das rauskommen war nicht so stabil. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Zum Glück nur der Schuh. Ich glaube, das waren zwei Nummern zu groß. Tschüss. Das war schon wieder die Fail-Army für heute. Das war schon wieder die Fail-Army für heute. Ich bedanke mich für's Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.